Musik Ich engagiere mich im HDS vor allem, weil ich glaube, dass die Zusammenarbeit zwischen Wirten oder zwischen Freiberufler oder im Allgemeinen zwischen Geschäftsleuten sehr wichtig ist. Vor allem der Austausch von Ideen und sozusagen der Austausch von einer richtigen Zusammenarbeit. Und dass sicher alle zusammen Fortschritte machen können. Diese Sachen sparen im HDS, wenn wir uns ein- oder zweimal im Monat treffen und dann wirklich sozusagen einen guten Gedanken- und Zusammenarbeit austausch haben. Wenn ich für einen Tag der Präsident des HDS sein würde, dann würde ich sicher viel Wert auf Werbung setzen. Das heißt, viel Werbung machen, also es gibt das HDS, wir sind für euch da. Wir können sozusagen, wir können ihnen helfen und ich glaube, viele kennen das leider noch nicht. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020